Das ist ja ein Video, oder? Parzelli. Rommel 1 Strecke hier. Wird er eben überholen? Der kommt ja links. Wenn du es nicht schaffst, müssen wir schon ein bisschen bremsen. Schau, da musst du schon ganz gekehrt kämpfen. Da musst du schon schön herkriegen, die Straße. Und jetzt? Ah, da ist es. Das Tor über eigentlich. Ne, da rein. Dann geht es nach rechts hier, oder? Ja. Da ist es gar nicht. Ich glaube nach rechts. Na ja genau, das ist das Tunnel. Und Gas. 50. Blitzen die gleich fast drauf? Wahrscheinlich. Die warten nur drauf, dass da wieder einer kommt, der Rallyefahrer spielt. Ja, was machen sie jetzt? Aber jetzt fahren wir in der richtigen Richtung. Wir fahren hier mit 2 Minuten, oder? Jetzt fahren wir 15 Minuten. weiter, weiter, weiter. Jetzt stoppen wir. 100 Meter, was kommt jetzt da? 15 Meter, das ist die Box, oder was? 15 Meter. Und dann links hier. Jetzt dürfen wir den Kurs nicht weiterfahren. Na doch, das geht hier auch wirklich nicht so. So ist die Rennstrecke hier. Die geht da lang. Jetzt sind wir hier um die Tribüne. Jetzt sind wir hier schon etwas geliefert. Geil. Meine Grüße, dass wir da so langfahren können. Große hier. Überholen ist da schwer, ne? Vor allem wenn die laut Autos alle hier fallen. Und das? Stopp, oder? Nö. Jetzt sind wir noch nicht rum. Einmal rum. Klammern. Pro Prieparten. 50 Uhr, wenn wir hier mal hier sind. Das ist hier die Boxingcars hier. Ja, das ist das. Das ist nochmalnach. Jetzt dürfen wir hier. So, jetzt zeigen wir, wie ich das komme schon. Boah, jetzt sind wir jetzt einmal rum. Jetzt sind wir jetzt sicher. Ja, das ist hier. Da sind schon ein paar reinfahren. So, jetzt sind wir einmal rum. Hast du das schon gehabt vorhin? Die Ausstellung, ja. Start. Dankeschön wieder. Da ist das Ziel, halt das Ziel wurscht man. So, hier geht es durch. Danke. Danke. Danke.